Das war's für heute. Es gibt Begriffe. Du kannst dir aussuchen, ob ich dich dabei angucke oder nicht. Oder dir nur die Begriffe sagst, zu denen du den passenden Gesichtsausdruck machen kannst. Ich habe so wenig Gesichtsausdrücke. Dann kannst du auch für alle sechs Begriffe den gleichen machen. Jutti, dann Gesichtsgymnastik mit Brille. Erster Begriff ist wütend. Nee, das ist zu Klischee-mäßig. Ich glaube, wenn ich wütend bin, gucke ich eigentlich nur so. Jetzt bin ich da gespannt auf nachdenklich. Ja. Erschöpft? Ich habe mir sagen lassen, dass ich das relativ häufig am Tag mache. Immer erschöpft. Überrascht ständig. Überrascht? Ich bin sehr. Ja, das war es wahrscheinlich schon. Ich weiß nicht, wie gucke ich denn, wenn ich überrascht bin? Ich bin ja damit überrascht sein beschäftigt. Wenn ich überrascht bin, ich gucke nicht, ich mache ein Geräusch, zählt das auch? Ja. Wäh? Das ist eigentlich das Überraschgeräusch. Das ist das offizielle. Mitbrief und sicher. Ja, es ist auch international anerkannt. Habe ich verstanden. Anerkannt. Stolz? Was? Stolz. Ja, eigentlich genau so. Das ist so. Ich gucke mich dann so um. Hielt die ein, aber noch zufrieden. Bravo, Rös gemeistert. Dankeschön. Glückwunsch. That's it. That's it? Ja, Mensch. Komm. Komm. Das ist so. 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 Vielen Dank.